Mein Name ist Sven Agar, ich bin Mitbegründer der Kampfkunst Jinsenomichi. Jinsenomichi ist eine Kampfkunst, die sich mit traditionellen und modernen Aspekten der Selbstverteidigung beschäftigt. Wir trainieren zwei- bis dreimal die Woche, das kommt darauf an, entweder in der Halle beziehungsweise nach Absprache auch im Wald draußen. Wir haben traditionelle Aspekte des Taijutsu, das heißt des waffenlosen Kampfes in unserem System verankert, aber auch sehr viele Aspekte mit Waffen, mit traditionellen japanischen Holzwaffen, als auch mit Metallwaffen. Jinsenomichi, Kampfkunst als Lebensweg. Jinsenomichi. 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 Jinsenomichi.